Einen wunderschön herrlich Willkommen hier auf meinem Let's Play und Studio Kanal. So, heute ist die vierte Folge von Minecraft. Die Welt der Schlacht und viel Spaß bei dieser Folge. Wünsche ich euch. Und Let's go, geht es auch schon los. Wir haben uns ja letzte Folge hier wieder eingeschlossen. Ihr wollt mich natürlich auch sehen. Ähm, Momenten, Momenten, Momenten. Äh, ich packe mich einfach mal hier um hin. So, und dann gehen wir einfach hier wieder hin. Okay, obi, ey, ist so... Äh, w-w-w-w-w-was war das? Da klang doch eh grad, so wie in die Art Zug. Da täusche ich mich? Äh, was? Irgendwie... Äh, hab ich keine Ahnung. Aber irgendwie so klang da eh grad. Aber wir können... verheißen herr... und schnappen. Und daraus können wir ja auch Univach machen. Ich weiß da grad nicht mehr was. Ähm... Ach, wir können da in den Ofen rein tun. So, dann sieht das ja da auch wieder schön aus. Und dann würde ich... Ähm... Und wie macht man das? Ähm... Fass. Aha. Tool brauchen wir ja auch irgendwann mal. Ähm... Schnappen wir einfach mal. Ähm... Ladefeuer. Okay. Kohle. Äh... Birken. Ah. Oh. Ach, der hier. Eisenwaren. Ah, okay. Hm? Okay, 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 okay. Ich versteh, ich versteh, ich versteh. Oh Gott. Kann man hier... Mein... So. Ähm... So. Bauen wir uns hier mal... Äh... Hier mal weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Ähm... Und das auch alles noch. So. So. Alles... Weg. Und... Leute, und ist die Schaufel kaputt. Dann. Yay. Yay, yay, yay. Das finde ich super. Äh... Ups. Ah, hier geht er hier noch weiter. Wir brauchen einmal so eine Schaufel. Und... Druckplatte. Können wir... Ach mal so einen Stein. Können wir ja auch da brauchen. Ähm... Zwei Steine. Ähm... Räucher. Alles klaro. Druckplatten. Nimm mir und auch mal zwei. Ähm... So. So. Und dann bauen wir und hier ein Weg, der zum Hafen da vorne führt. Und... Der kommt dann ja auch noch dazu. Und... So. So. Jetzt brauchen wir einmal hier die Mitte. Leider ist das hier ja nicht ganz zentral. Aber hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Oh. Dann müssen wir den nochmal hier weg machen. So. Dann haben wir auch die Mitte. So. Jetzt passt das. Äh... Äh... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und... Eins, zwei, drei, vier. Passt. So. Da... Ne. Unsere Mitte. So. Da außen rum. Äh... Bauen wir uns... Hier mal mit dem Bruchstein... Äh... Ein... Kreis. So. Wups. Äh... Das war nicht sinnvoll. Aber... Was soll's. Bauen wir einfach hier ab. Ähm... Und dann da... Bauen wir uns... Ähm... Und hier kann man sich dann ja hinsetzen. Ähm... Aber... Lach mich nochmal überlegen... Wie wir echt hier am schlimmsten machen. Ähm... Ich würde... Ah... Weil das eine Außenanlage ist... Ähm... Nicht mit... Holz da... gerne arbeiten. Woa... Hier... Das brauchen wir dann ja gleich. So. Kohle... Ähm... Äh... Die ich nicht einfach mal zum Baum... Hier nochmal hin... Aufhören ein... Baum hin... So. Äh... So. Äh... Ach da. Passt. Und... So. Okay. Ah... Wir können das ja auch gleich hier schon machen. Ähm... Anbruch... Wow... Eieiei... Eieiei... Anbruch können wir ja... Äh... Kohle... Stöcke haben wir zu Wien. Ah... Äh... Ähm... Wir brauchen nochmal ein Stock. Okay. Am besten gleich Vierer. Äh... Wups. Und... Dann... Schere. Äh... 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 Wo ist denn hier unser Laderfeuer? Hm? Dann... Hm? Hm? Wir hatten doch eh grad Laderfeuer. Aber... Wo ist das denn hier hin? Ach ja. Hm. So. Wir hauen hier wieder schnell ab. Und... Wir müssen auch bald mal wach essen. So. Wah! Nein! Oh! Äh... Nein. Du komm hier nicht weiter. Ah... Nein. Du komm hier nicht weiter. Meine Güte Wie kam Du denn hier rein Wahrscheinlich weil die Tür Offen stand Wir sollten vielleicht immer die Tür Brav abschließen Dann kommen hier noch Mehr Monster rein Und das wollen wir nicht Ja das wollen wir einfach nicht So ok Wach wollte ich hier nochmal Die Schere Brauchen wir dann auch mal Und von Ein Schwert So ok Fackeln Haben wir noch Okay Aha Aha Haupt Hat Bitterstäbe Ofen Hier Boot brauchen wir unten mal Lore Fass Schild Da brauchen wir Da brauchen wir Alles gerade nicht Leiter brauchen wir auch gerade nicht Ähm Aber dich brauchen wir irgendwann Ähm Brauchen wir eine Armbrust können wir auch sehr sehr gute brauchen Aber da brauchen wir mal eine Spinne Ähm Und wir haben ja noch den Da können wir ja auch gleich mal hier wieder rein tun Bin 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 Und da kommt wieder schöne Musik die eigentlich nie ein rück mann überhaupt die musik kommen weil ich habe keine ahnung mich irritiert das auch immer ich irritiert mich in dem sinne nicht dass die musik kommt aber ich frage mich einfach die echter irgendwie ein rück man die musik kommen oder ich habe keine ahnung so okay so okay der ist ja toll da ist ja toll wenn ich echt dahin die die den 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 da haben wir eine spinne machen wir einfach mal so die die den spinne du tut mir mein ich sehe gerade ich habe nur noch ein eineinhalb herz dann sollte ich mich lieber nicht in liebens gefährliche sachen einmischen aber du war da vor schnell rein schnell rein schnell 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 hoch hoch er hat man da hätten haben nehmen und schlafen sollte mir auch mal ein Und ein Schaf brauchen wir dann auch mal. Aber solange wir kein Schaf haben... Ah, lecker. Müssen die da vorne so rumschreien? Oh, meine Güte. Wahrscheinlich hört ihr echt da nicht, aber... Was ist denn da? Was ist denn da? Wo kommt das her? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ähm... Ich kann euch schon mal sagen... Ähm... Und da... Ich... Am... Äh... 31. 10. Äh... So. Ich sag dann einfach mal... Tschüss, tschüss. Bis bald mal. Hier auf meinem Kanal. Tschüss. Und... Hab noch eine schöne Zeit. Bis zum 31. 10. 2019. Hier auf meinem Kanal. Werde ich auf Twitch. Live den... Ja. Okay. Tschüss, tschüss. Link... In der Videobeschreibung. Hier nochmal, schönen Tag. Ciao. 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 Ciao.